In diesem kurzen Tutorial-Video möchte ich rasch zeigen, wie man die in diesem als Bild abgespeicherten Polardiagramm enthaltenen Daten wieder einfach und automatisiert extrahieren kann, um die zum Beispiel in so etwas wie Matlab oder Gnuplot nochmal neu zu plotten oder einfach weiter zu verarbeiten. Als Beispiel nehme ich mal hier dieses Abstrahldiagramm einer Antenne hier von Schwarzbeck, das man sich hier als Datenblatt auf deren Webseite runterladen kann. Und irgendwie möchte ich jetzt an dieses Bild hier rankommen, das funktioniert nicht so einfach, deswegen öffne ich die PDF-Datei einfach nochmal im PDF-Viewer meiner Wahl Sumatra PDF, weil hier kann man einfach das Bild kopieren und füge dieses Bild mal im Bildverarbeitungsprogramm meiner Wahl ein und stelle fest, oh, das ist irgendwie noch gespiegelt. Flippe das mal rum, dann sieht das besser aus und speichere das unter einem Dateinamen ab, den ich hier natürlich schon mal vorbereitet habe. und wechsle zurück in den Browser und das Tool, das ich jetzt benutze, nennt sich Webplot Digitizer von Automeris. Da kann man einfach dieses Bild laden als Datei und kann jetzt sagen, okay, das ist ein Polardiagramm und jetzt muss man noch die Achsen kalibrieren und den Mittelpunkt sowie zwei weitere bekannte Punkte festlegen. Der Mittelpunkt ist ungefähr hier und als weiteren bekannten Punkt nehme ich mal diesen bei 0 Grad und 1 und dann kann man hier so ringsherum gucken und sagen, okay, dieser Punkt, der liegt auch noch ganz gut auf so einem Koordinatenkreuz bei 0,3 und 300 Grad. So, und diese Punkte muss ich dem Programm jetzt noch bekannt machen, also bei 0 Grad haben wir einen Radius von 1 und bei 300 Grad haben wir einen Radius von 0,3. Und das sind auch wirklich gerade hier unten und das Ding dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, das sollte soweit passen. Und jetzt müssen wir irgendwie die Farben festlegen und sagen, die Vordergrundfarbe, die von der Linie ist rot und einmal die Farben filtern und nochmal kurz die Hintergrundfarbe prüfen. Die ist weiß, das sollte soweit passen und jetzt kann man eben mit dieser roten Farbe hier schon die automatische Erkennung starten und sagen, okay, die Linie wurde schon mal gut erkannt, ich will die Punkte noch ein bisschen dichter beisammen haben. Ich mache mal den Abstand ein bisschen kleiner, dann kriege ich da mehr Punkte, das sieht schon mal ziemlich gut aus. So, und diese Daten schaue ich mir jetzt mal an, hier mit ViewData, 155 Datenpunkte wurden erkannt, die stehen jetzt hier in solcher Tabelle drin. Man sieht, die sind jetzt ein bisschen komisch geordnet nach den Radien und die Winkel, die Zugehörungen stehen da hinten. Ich probiere es jetzt gleich nochmal live zu plotten in diesem Plotly, so einem grafischen Plottool. Und hoffe mal, dass die Daten da jetzt richtig übernommen werden, das sieht ganz gut aus. Die heißen jetzt hier x und y. Ich nenne die mal um und nenne mal das x um, das ist ja hier der Radius, der Abstand r. Und das hier nenne ich mal um in den Winkel phi. Und dann wollen wir natürlich hier nicht so ein Liniendiagramm haben, sondern wir sollen jetzt, wir wollen wieder ein Polardiagramm haben. Und sagen, der Radius, das ist bei uns das r und der Winkel theta, das ist jetzt das phi. Und dann sieht man, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Das sieht schon wieder fast aus wie das hier drüben. Warum sieht das jetzt so komisch aus? Weil die Punkte nicht in der richtigen Reihenfolge kommen. Deswegen springt das hin und her. Und wenn wir jetzt die Winkel phi einfach mal noch sortieren, diese Spalte aufsteigend sortieren, dann sind die jetzt sortiert und dann stellt man fest, okay, super, da kommt jetzt mit den Punkten so ziemlich genau das gleiche Diagramm raus, was wir hier vorher reingesteckt haben. Und das zeigt sehr schön, dass es ganz einfach ist, aus so einem als Bild abgespeicherten Diagramm die Datenpunkte wieder zu extrahieren, um sie dann in irgendeinem anderen Tool erneut zu plotten oder eben mit irgendeiner Rechnung entsprechend weiterzuverarbeiten.